. . . . . . Warum das Gemüse im Ausland holen, wenn man es so fein zu Hause bekommt? Das ist ja eigentlich ein bisschen wie eine Mäuse, oder? . 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 Bis zum nächsten Mal.